Der letzte Part war nicht ganz so entspannend für uns hier in Toadette Strikes 2. Willkommen zurück! Ja gut, wir sind hier in Cockwheel Canyon oder im Cockwheel Canyon und betreten einfach mal direkt das nächste Level. Wie hieß es denn? Ha! Cockwheel Canyon, ja, 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 Land of Machines. Ähm, Magnet Madness, okay. Magnete, Verrücktheit oder, ja, Verrücktheit, wie kann man das übersetzen? Eigentlich ja schon so Chaos oder, ja, Madness. Ja doch, Verrücktheit, eigentlich schon so, schon Verrücktheit, ja. Und wir können hier Magnete hochheben, okay, das ist eine ganz interessante Sache. Wir wollen erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ja doch, da, also da kann man auch einige gute Verstecke mit einbinden. Naja, solange es jetzt keine weiteren Schalterpaläste gibt, die einfach mal so übelst übertrieben scheiße sind oder schwierig sind. Scheiße war der jetzt nicht unbedingt. Der war halt jetzt wirklich echt schwierig. Das muss man einfach mal von der Seite aus sehen. Man kann nicht immer alles sagen, man kann nicht immer sagen, alles was scheiße, äh, was schwierig ist, ist scheiße. Das geht nicht, nee. Es gibt auch gute Sachen, die scheiße sind. Äh, andersrum? Ach, egal. Äh, ist jetzt unwichtig. Naja, eine neue Session hat begonnen und ich bin tatsächlich, ich kann das ja hier an der Stelle sagen, ich bin ein bisschen krank. Das habe ich auch schon in anderen Projekten gesagt. Aber, ähm, ich möchte das auch nochmal hier sagen, es kann sein, dass die nächsten Parts, dass ich in einigen Parts jetzt so ein bisschen rumhusten werde oder, ähm, ja, allgemein Probleme mit meiner Stimme bekomme. Also, das ist in den letzten Tagen echt kacke gewesen. Oder, das ist vor allem gestern so kacke gewesen, weil ich, äh, das Finale von Mario und Luigi Superstar Saga aufgenommen habe. Und, naja, es war nicht so unbedingt das, ähm, spaßigste, ne? Also, es war spaßig schon an sich, aber, äh, es ist nicht das spaßigste im Nachhinein dann wirklich mit diesen Problemen zu leben, ne? Das kennt man ja. Niemand will krank sein, vor allem nicht in den Ferien. Das ist, äh, dann eigentlich das Schlimmste. Oh, hier ist der Checkpoint. Du, 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 ja, aber Toadette kommt ja schon durch, ne? Toadette kommt auch ohne meine Hilfe hier schön durch, ne? Ah, ich glaube hier da einfach mal. Es gab hier eine ganz gemeine Sternmünze. Das war, ähm, Pilzmünze. Das weiß ich. Ich weiß, dass die sehr scheiße war. Okay, ich weiß halt echt nicht wo. Da, 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 da. Wir müssen jetzt ein bisschen Konzentration weiten lassen. Ich kopiere mal durch. Nee, nee, nee. Okay. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, wo es weitergeht. Weil, äh, es gab auf jeden Fall eine sehr, sehr gemeine Sternmünze. Ach, und die war gar nicht so gemein. Quatsch. Was labere ich da denn für einen Stuss? Das war vielleicht am Ende gemein, wo ich dann noch einmal in die Röhre muss. Weil man hier ein bisschen zu weit fliegt. Wir müssen im Grunde ja hier nur nicht die eine Röhre. Mehr ist das nicht. Da, 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 da. So. Dann werfen wir das Ding hier ab und landen in der Röhre. Und hoffentlich, äh, bleiben wir auch gesund. Ja, das ist eine einfache, äh, Pilzmünze. Die, die wird man sehen. Wenn man nicht so ganz darauf fixiert ist, jetzt hier, ähm, ohne Schaden durchzukommen. Ist das Ding, äh, ist nicht kaputt gegangen. Dann wird man das auch schaffen. Also, es sind ja die ganzen Fuzzis da. Äh, die ganzen Amps. Und wenn man den ausweicht, wenn man konzentriert bei den, wenn man sich bei denen konzentriert, ne, äh, dann kann es sein, dass man die Röhre rüber sieht. Aber die ist, aber die ist eigentlich so offensichtlich. Mir ist es beim ersten Durchspielen eigentlich auch nur ganz, äh, scheiße. Überraschend gelungen. Okay, wir werden hochgesappt. Und hier ist das Ende des Levels, okay. Das war interessant. Das war auch ganz nett. Es gibt hier einige nette Mechaniken in dieser ganzen Welt. Von daher kann ich das eigentlich nur gutheißen. Nur hätte ich jetzt gerne doch lieber so einen Pilz. Äh, damit wir uns komplett heilen können. Wo sind wir denn jetzt? Das sieht aus wie ein, ja. Warte mal, ich will, ich will den Namen noch lesen. Booster, äh, Breakthrough. Also wir werden irgendwo durchbrechen. Das klingt auch interessant. Wahrscheinlich irgendwo mit einer Rakete, ne? Your new rocket. Äh. Okay, die werden wahrscheinlich die Steuerung irgendwie erklären. Ach, du Schande. Ich weiß jetzt schon, was los ist. Ich weiß jetzt schon, was los ist. Wir werden sterben. Wir haben ja nur noch eine Energie. Also. Aber wobei, die fährt nicht von alleine los. Und zwar haben wir hier diese Rakete. Und mit der können wir uns hier durch... Durchraben. Das ist echt so eine geile Mechanik. Ah, schön durch. Ja, gut. Ich glaube, wir hätten einfach da... Ich will mal gucken, ob Toadette daran eine Höhe gewinnt, wenn wir das Ding nutzen. Weil ich will nicht unbedingt direkt auf dem Boden bleiben. Ach doch, Toadette wird ein bisschen in die Luft gesetzt. Okay, schön zu wissen. Dann können wir auch hier zum Beispiel stehen. Um rüber zu kommen. Ah, die Musik ist auch interessant. Ist natürlich jetzt ein bisschen darauf ausgelegt. Ist die Schwerkraft hier ein bisschen anders? Ist jetzt natürlich ein bisschen darauf ausgelegt. Ah, das ist die Mucke. Ja, die finde ich richtig geil. Doch, aber ich habe hier keine Ahnung. Also, ich kann mich auch voll nicht an dieses Level erinnern. Es könnte jetzt am Ende noch ein bisschen schwierig werden, aber... Äh, ansonsten ist das eigentlich, äh... Die Mechanik ist auf jeden Fall sehr nett. Ich will hier auch keine Leben verlieren Aber man merkt schon, dass mein Hals echt angekratzt ist Ja doch, die Gravitation ist ein bisschen runtergesetzt Pinky, are you pondering exactly what I'm pondering? I think so, Rangers, how we will get the weasel to hold still Das ist so ein bisschen so eine Art Remix Ich weiß nicht, das kann auch aus einem Spiel sein Aber es gibt so eine ganz bekannte Melodie Die gibt es unter anderem als... Aufpassen Ja, okay, wir haben ja mehr als eine Energie Aber wir haben jetzt nicht unsere Pilzmünze Deswegen müssen wir hier nochmal rein Ja, es gibt... Vielleicht kennt ihr ja ein oder andere das ja Es gibt die... Es gab zu den Animaniacs mal so einen Film Da ging es eigentlich nur darum, dass die ganzen Charaktere aus der Animaniacs Show Nach so einem Stern jagen Da muss ich doch hoch Das ist offensichtlich Also dass die so einem Stern, so einen Zauberstern hinterherjagen Der dem Ersten, der dort ist, einen Wunsch erfüllt Und das ist halt im Grunde so wie eine Art Musical Und ja, da werden halt ganz viele Achso, ich kann hier durch Da werden halt ganz viele Bekannte Nicht Musikstücke, aber es gibt halt so Es gibt halt bekannte Kompositionen Die dann dort ihren Die dann da wiederzufinden sind Und das ist zum Beispiel einer dieser Nicht komplett, aber Hört dieses, was jetzt gleich kommt Warte Hier ist Das gibt es unter anderem auch da Ich warte jetzt nochmal drauf Jetzt Ja doch, das ist das Habe ich mir beim ersten Mal ausgedacht Okay Aber das ist tatsächlich so eine Recht Bekannte Das ist irgendwie Ich weiß nicht Ich habe mal den Namen davon gelesen Aber das ist ein bisschen kompliziert Irgendwie Russisches Raspory Oder irgendwie so Keine Ahnung Keine Ahnung, wie das richtig heißt Also irgendwie sowas in der Nähe In der In der In der Art Nicht in der Nähe Auf jeden Fall Ja, schon interessant Es gibt zum Beispiel Es gibt ja auch Leute Die können sowas am Piano spielen Wo ich mir dann so denke Was Weil das ist ja wirklich Eine richtig schnelle Komposition Und wenn man da versucht Da wirklich Das Ganze auf dem Piano zu spielen Dann denken sie dir auch nur Die Leute sind gestört Die das schaffen Die sind halt echt Die Oberbabos Wenn es um Klavierspielen geht So Naja Sky High Stompen Okay Das wird auch spaßig Da kann ich mir vorstellen Das habe ich doch mal irgendwo gesehen Ist das nicht Sind das nicht Texturen aus Diesem Was hier LP Markus mal gespielt hat Dieses Chanté Ich glaube da gab es auch sowas Ich glaube das sind sogar die selben Texturen Ich bin mir dabei recht unsicher Kann durchaus sein Vielleicht ist es auch von einem anderen Level gemacht Ähm Oder aus einer Vielleicht aus Megaman Das kann ja auch sein Das sieht auch so Mechaniker Mechanisch aus So Würde ich mir eigentlich auch noch vorstellen können La 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 Ja aber Toilette kommt hier schon recht gut durch Ja ich mag die Musik einfach Dieses russische Rassphorie oder wie das immer heißt Ich nehme das jetzt russisches Rassphorie Russisches Rassphorie Oh 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 Irgendwo hier wird die Pilzmünze sein Da bin ich mir sicher Ich glaube die habe ich jetzt schon verkackt Okay einmal hier gegen Wir müssen ab und zu mal wirklich auf die Pilzmünzen achten Weil das ist tatsächlich nicht so einfach wie man sich das am Anfang vorstellt Ach ja Mario Kart DS haben wir auch gespielt Ich habe vor irgendwann mal Mario Kart Double Dash zu machen Ach da muss ich mich auch nochmal korrigieren Ich habe ja mal gesagt hier Toilette kommt das erste Mal Aber oben konnte ich jetzt nicht lang Toilette kam das erste Mal in Mario Party 6 vor Was nicht stimmt Ich bin jetzt davon ausgegangen Dass Mario Kart Double Dash Nach Mario Kart Okay das ist der falsche Weg Dass Mario Party 6 vor Double Dash kam Da war ich mir ein bisschen unsicher Ist dann Hier ist der Boss Ja doch da war das Ding Ich kann auch nicht in den Leveln einfach so wechseln Na gut dann machen wir einmal den Boss Ich hoffe der wird nicht so stark sein Äh Entschuldigen sie Ähm Achso der muss einmal drauf stampfen Wow Da macht der noch eine Shockwave Das ist gemein Das ist gemein Das ist richtig 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 scheiße Das ist nicht toll Das ist kacke Wenn der mit seinen Flammen ankommt Das ist so dreckig Ja das ist kacke 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 Richtig scheiße Ich sollte ein Lyrics Lied davon machen Wie Brantle Floss Na 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 Lala 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 Aber das ist auch geil Die Mucke ist voll geil Ja okay der Kampf wäre danach nicht zu Ende Da bin ich eigentlich auch schon von ausgegangen Der ist ja auch eine Bossleiste Von daher würde man das eigentlich auch daran erkennen können Der springt nur zweimal rum Und dann macht er hier den Nein Macht er nicht Jetzt macht er es Okay nach drei Stampfern fängt er mit dem an Ist vielleicht auch gut erstmal den Rand anzufangen Ja leider fällt er auch nicht in die Stacheln rein Dann macht er nicht automatisch Ba da ba ba Goomba ist schon bald tot Der kleine Wicht Der schafft es nicht Dieser dumme 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 Goomba Todet ist besser Der Goomba überlebt es nicht Du wirst gleich sterben Goomba Nicht Goomba Sondern Goomba Ja ich habe dich jetzt Ach egal Jetzt gehen wir die Reime aus Okay Geräumt habe ich wahrscheinlich gar nicht mal Es gibt Leute die können dabei reimen Könnt ihr euch das vorstellen Die singen so ein Lied Und dann Einfach so aus dem Nichts können sie reimen Ja gut Es ist doch Kommt drauf an Ob man das gewohnt ist So äh So Reime zu machen Ich meine Ich habe ja hier Ich bin ja aktuell dabei Faust zu lesen Nochmal rein Todet Ähm Und da war ich echt Das erste Mal als ich dieses Buch aufgeschlagen habe Also diese Das soll ja ein Drama sein ne Ähm Echt das erste Mal das Ding aufgeschlagen habe Da habe ich mir so gedacht Okay Ähm Ist nett wenn man am Anfang anfängt zu reimen Dann lese ich weiter Äh Dann gibt es da so einen Charakter irgendwie am Anfang Oder irgendwie so eine Figur Äh Die das ganze Geschehen so irgendwie einleiten soll Die heißt Dichter Also im Grunde sind es drei Figuren ne Der erste irgendwie Dichter Ich weiß nicht War das überhaupt der erste der Dichter Weiß ich nicht Der erste war irgendwie dieser Diese 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 Keine Ahnung Showmaster Irgendwie sowas Ist halt der Anfang Den liest man sich nicht 20 mal durch ne Allgemein würde ich mir jetzt nur einmal durchlesen Von daher Was soll's Ich mach mir keine mehr Mühe Hä Ja aber wo soll das Ding denn sein Ich kann mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen wo die Die Goombas haben wir alle schon mal umgebracht Hier oben könnte ich mir halt vorstellen Dass da was ist Irgendwo was in so einer Kiste Ach guck mal was ist denn hier Was ist denn hier drin Ah Okay Okay das war relativ offensichtlich Da war ich ein bisschen dumm Ja auf jeden Fall war ich da erschrocken Dass äh Die Charaktere da plötzlich anfangen zu reimen Okay Da fangen die plötzlich an zu reimen Und ich denke mir so was Wieso Wieso fangen die dann plötzlich alle an zu reimen Ich meine klar Dass der Dichter reimt Das ist klar Dass der Showmaster reimt Das ist gut Das ist jetzt nicht typisch für den Showmaster Ich dachte das wäre so eine Art Es ist ja im Grunde ein Stilmittel Aber Ich denke mir so Ja das macht der ja Weil der so eine Persönlichkeit hat Wie so Grundhilda im Grunde Nur ähm Letzten Endes Da reimt einfach jeder in diesem Scheißbuch Und dann denke ich mir so Ey Ich halte das eh mal nicht mehr aus Das ist richtig schlimm Okay Weil die dann plötzlich alle anfangen zu reimen Selbst die Hauptperson Ne Faust Irgendwie dieser Doktor Der reimt dann plötzlich auch Keine Ahnung warum ein Doktor reimen muss Klar ich denke mal Goethe Ähm Hat der nicht auch Gedichte geschrieben Ach ich Vergessen wir das einfach Okay Ich denke mal das wäre Auch eine Möglichkeit Ich könnte es mir vorstellen Wenn der schon die ganze Zeit reimt Auf jeden Fall Ähm Ja Man kann es ja auch übertreiben Ne Einmal hier rauf Ah schade Ne aber das hätte jetzt echt nicht sein müssen So dann kommst du hier runter Dann wollen wir einmal deinen kleinen Stiefel haben Oh der Ah scheiße ich hab die Shockwave vergessen Jetzt springt der ja nur noch so dämlich rum Wir können im Grunde immer so ein bisschen hin und her springen Oh Toadette bitte 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 Toadette Du bist süß Du musst es schaffen Wenn du nicht überlebst Sie war die Süße Sie war die unsachbar Süße Ah Das war auch so eine Stelle aus Ähm Diesem Animaniacs Film So Boah hier gibt es aber Unglaublich viele Level ne Muss ich gerade feststellen Wir machen noch ein Level Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit Ähm Hier hinten gab es noch ein Level Da gab es noch recht interessantes Genau Ähm Ich will aber trotzdem mal den Titel lesen Das will ich ja wenigstens noch machen Das ist Strange Space Strange Space Okay Dieses Level hat eine Besonderheit Nämlich können wir so hoch springen wie wir wollen Solange wir die Sprungtaste gedrückt halten Willkommen Erthling To the Space Simulation Sensitation Station Pugh Did you get those words in order? Ähm Our space olog... Ologists... Onomists... Onomists... Onomers... Space scientists Have been hurt at... Äh Have been hurt at work creating this virtual reality Your jumps here at last Your jumps here at last As long as you hold your jump button Äh Wir können ja wie Mojo Jojo sprechen Weil das ein Affe ist Just like in actual space Maybe Have fun And be wary of Monster Aliens Also wir sollen auf Aliens aufpassen Oder Monster Je nachdem Mojo Jojo Ich weiß nicht mehr wie der sich im Deutschen angehört hat Das ist ja schon ewig her die Powerpuff Girls Aber ähm Ich hab den letztens nochmal so im Englischen gesehen Und da hat der einfach so eine japanische Stimme So einen japanischen Akzent Find ich unglaublich geil Unglaublich geil Allgemein Allgemein So ein Synchronsprecher Die können da schon echt Geniale Stimmen rausholen Aber dass man dann so einen japanischen Killeraffen oder Also Japaner sind halt auch einfach so verrückt Die würden halt so einen Affen machen Der Einen Offenen Offenen Kopf hat oder so Und das würden sie glaube ich Schon irgendwie In eine Serie einbringen Das wäre möglich Die schicke ich jetzt mal in die Richtung Und erstmal daneben natürlich Ja Vielleicht ist das ja jetzt geschafft Durch die Explosion ne Wir kriegen hier tatsächlich schon Yoshi Okay Wir müssen natürlich auch hier wieder auf unsere Dingens achten Auf unseres Dingens Naja der Flattersprung Der zählt halt auch nicht mehr als Sprung ne Dann fallen wir wieder Immer schön gedrückt halten Jetzt fallen lassen Alter Hätte auch ins Auge gehen können So Wir gehen eine Ebene weiter Ich glaube hier gibt es jetzt den Die Pilzmünze ne Habe ich irgendwie so eine Erinnerung Ah doch Ich muss dich da irgendwie Hochschicken Und dann muss ich dich irgendwie In die Richtung schicken Dass du da was aufmachst Genau Das war doch so ne So der fällt runter Hier geht es zur Pilzmünze Das weiß ich doch noch ganz genau Das war diese Drecksstelle Die jetzt gar nicht mehr so dreckig ist Weil ich das Spiel kann Hau ab Goomba Wir wollen dich nicht Und der Panzer ist dafür da Dass wir wieder zurückkommen Also da hatte ich auch schon mal mehr Probleme bei Checkpoint haben wir Im Todesfall Sollten wir noch einmal Diesen Abschnitt machen Hier gibt es auch einen Boss Hier gibt es auch einen Boss Das weiß ich noch Machen wir mal schnell ne Machen wir ganz locker Flockig hier In dem Part Stirb Ich bin jetzt nicht der Fan Von Ninjis oder Fuzzis Ach Toadette Nein Jetzt können wir die Münze nochmal holen Das ist ja ekelhaft Ah Okay 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 Ja 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 Okay Okay Ja 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 Okay Okay Ja 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 Okay Okay Und das ist das Problem jetzt bei der Sache Den Goomba hier lang zu kicken Ist unglaublich schwer Und noch schlimmer ist es den in der Luftball zu behalten Oder ein Galumba Das ist ja eigentlich ein Galumba Das darf man ja nicht Ich darf ja nicht Goomba nennen Weil Das wäre für ihn ja direkt mal wieder eine Beleidigung Und dann könnt ihr uns ja anklagen Nein Oh Gerade noch so Geschafft Mach das Ding auf Ne Zau ab So Scheiß Galumba Ja ich nenn die halt immer wieder Goomba Weil das Das ist scheißegal Ob das Galumba oder Goomba ist Ey Ganz im Ernst Weißt du Das stört keinen Mensch Wenn du sogar Goomba sagst Oder Sonst wie was Da kannst du Kannst du selbst Stachy und Spiny verwechseln Wobei Ja das ist halt einfach so Da kannst du machen was du willst Mir wäre das einfach scheißegal Aber wenn man dann so ganz Ganz professionell sagen will Oh ja Das ist ja ein Galumba Also für jeden Scheiß sagen Oh ist ein Galumba Ist ein Galumba Galumba Mario World hat ein Galumba Ach die müssen wir nicht nochmal einsammeln Okay Äh denn dann finde ich das schon so ein bisschen Naja Also Unterschiede zum Goomba Gibt es jetzt bei dem Galumba Aus Super Mario World Jetzt nicht ne Also wäre mir das auch an der Stelle Auch scheißegal Mir wäre das halt nur nicht egal Wenn das wirklich unterschiedliche Ähm Ja unterschiedliche Sachen sind Und dann immer dieses Ja den Galumba Den gab es ja eigentlich auch schon In der Super Mario World Nee Nicht dein Ernst Sache san Den Galumba Das ist ja so Als würde man sagen Die Schwarzen gab es erst Nachdem die Schwarzen Anerkannt wurden Nachdem die Schwarzen Äh In die Gesellschaft Äh In der Gesellschaft Akzeptiert wurden Das ist genau derselbe Rotz Ja Da gibt es einfach keinen Unterschied Das ist einfach nur ein kleiner Farbunterschied Mehr nicht Da braucht man nicht rassistisch sein Da braucht man auch nicht irgendwie Beleidigend werden Nichts anderes ist es Kriege ich das Ding auch noch irgendwie weg Anscheinend ja nicht ne Vielleicht mit dem Hammer Toadette hau mal auf das Teil Okay nö Kriegen wir nicht Wir nehmen den anderen Weg nach unten Okay der Vieh kommt an Einmal nochmal auffressen Und dann sind wir eigentlich schon wieder unten Ne So Solche Unterschiede Oh Boah Das war ganz knapp Alter wie lange will das Level denn jetzt noch gehen So Das ist vielleicht eine Space Simulation Aber Ähm Das sollte auch irgendwann aufhören So Bosskampf Gegen den außerirdischen Goomba Motogoto Äh Motogumba Da 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 Yoshi Kannst du fressen Ja ich glaube wir brauchen Yoshi dafür Ich habe leider keine Ahnung wie das sonst funktionieren soll Ich kann mir nur vorstellen Dass Yoshi was machen muss Ansonsten ist es mir egal Ja 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 Das ist mir einfach nur scheiß Egal Okay auf den Kopf springen ist es auch nicht Ähm Das vielleicht Ah mit Yoshi ist es aber sehr einfach Und wir kriegen ab und zu ja auch wieder ein paar Herzen Von daher Macht es Sinn Sie schicken ihre Goombas los Sie schicken ihre Goombas los Das ist eine Ähm Invasion der Goombas Also ich würde mir da echt Gedanken machen Bei einer Invasion von Goombas Ne wir müssen drauf springen Wenn wir so drauf gehen Wenn wir drauf gehen ne Ne wenn wir uns drauf Äh wenn wir Auf das Ufo drauf springen Dann sind wir auch fast tot ne Joschka So wir müssen warten bis der schießt Dann können wir nämlich ganz an den Rand Und einmal drauf springen Damit ein Galumba rauskommt Mit Yoshi dürfte das eigentlich ganz einfach sein Diesen Galumba Auf die Viecher zu schleudern Auf die Außerirdischen Ja auf der anderen Seite Kommt der da mit seinen Dingern angeschossen Komm Toadette Du schaffst das jetzt noch zum Ende des Parts Wir haben ein bisschen Überlänge gemacht Aber das macht ja nix Du hast Skill Toadette Hoffentlich Du schaffst das Komm Ja komm Du schaffst das Toadette Ey Ich weiß das doch So erster Galumba Kann man auch mehrere rausholen Das wäre geil Ich würde gerne den Galumba haben So Der schießt gleich wieder los Das ist geil Ja 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 Einfach nur öfters mal ausweichen So nochmal auf den Galumba drauf Der sonst wieder aufsteht Alter ist das schlimm Das ist gerade echt schlimm Ja wenn wir schon mal oben sind Dann hätte ich eigentlich nochmal drauf springen können Das ist das Problem Ich wäre gerne nochmal drauf gesprungen Jetzt komm zum Ende des Parts Toadette Komm Man muss doch jetzt nicht sein oder Du machst doch immer Das was dich Ach egal Du machst doch sonst immer das was wir wollen Also nein Also nicht in Okay Nicht hier im falsch verständlichen Sinne So Einmal drauf Oh die Kollision ist sogar noch sehr nett bei uns Nein Geh an die andere Richtung Versuch die andere Richtung Galumba Lalalalalala Der Kampf ist heftig Und die Elektrobars sind jetzt an Verstehe aber nicht warum Okay getroffen Das war ein Treffer Ja das war ein super Das war ein richtig Guter Treffer So wo ist der Galumba hin Hallo ich hab den doch getroffen Ey Da will ich auch ein Galumba sehen Wenn ich den schon treffe Oh aufpassen Ich frag mich was passiert wenn er sich treffen lässt Unser Herr Galumba So das war's Das war dein letztes Stündchen du Galumba Ach die Galumpas kommen ursprünglich aus dem Weltall Deswegen Ah okay Ja gut haben wir heute mal eine richtig lange Session gehabt Mit richtig vielen Leveln im Grunde Halt's Maul Affe Wir sehen uns im nächsten Part wieder okay Tschüss und bye bye